Der Austauschschüler Es war einmal ein Mädchen und das hieß Uschi. Heute war ein wundervoller Tag. Heute ist so ein wundervoller Tag! Uschi und ihre Katzen Muschi und Sushi freuten sich sehr, weil ihr ein Austauschschüler aus der Schweiz zu ihnen nach Hause kommt. Doch plötzlich klingt es an ihrer Haustür. Uschi rennt zur Haustür, stolpert über ihre Katzen, sie macht die Tür auf und ein junger Mann steht vor ihr. Er heißt Peter. Hallo, Milady, ich heiße Peter. Uschi holt Cola und Fanta. Mh, lecker! Peter hat Schweizer Schokolade und Schweizer Stinkkäse für Uschi mitgebracht. Hier, bitte. Danke! Doch leider muss er wieder gehen! Das ist so traurig! Aber ich komme ein bisschen nächstes Jahr wieder. Jemfi! Juhu! Ende! 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 Ende!